Go, go, go! Spawn hier, Mann! Jetzt ist mein Spawn voll verbuggt. Wien! Boah! Unterwegs, unterwegs. Meine Little Bird mich nicht völlig auseinander nimmt. Unterwegs. Boah! Ich hab mich selbst umgebracht. Drehspawn einfach gleich bei dir. Ja, ja, nur das. Oh, hier sind schon wieder lauter Sniper auf dem Apple. Was dachtest du denn? Ich spawn bei D und gehe von D zu an. Wo ist dieses Kackfahrzeug? Oh, das ist ein Love! Diese Runde fängt richtig beschissen an. Nur weil die Map eigentlich immer beschissen anfängt. Hm. Es ist eigentlich nichts Neues. Oh, shit, shit, shit! Raus hier! Ja, ich bin doch grad unterwegs zu E. Das Ende auf der verdammten Brücke. Wo ist denn hin? Wo ist denn hin? Wo ist denn hin? Boah! Hilfe! Lol, den hab ich noch getötet. Ja, ich hab ihn markiert. Auf der Brücke. Ich hab ihn markiert. Auf der Brücke. Habe ich. Kommst du ins Fahrzeug? Geht's weg? Mhm. So ein Popelfahrzeug, aber da kann man schnell fahren. I've also the hostile vehicle! Quest of the mission! Let's go! Boah, das ist ja auch schon alles unter Wasser, oder? So, da ist einer auf den Hochhäusern. Auf dem Heli. Ey, ich kann den Love hier reparieren. Wollte ich grad sagen. Lass umsteigen. Oh ne, der hängt da fest, der hängt da fest, der hängt da fest. Vergiss es. Warte, warte. Go! Wo fährst du hin? Boah! Ah, weiss ich. Steil, steil, steil! 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 Vorsicht! Vorsicht! Vorsicht, links von uns fahren da richtig viele Fahrzeuge. Oh, was ist das? Was tust du? Wie fährst du? Oh Gott, wir gehen gleich unter, ne? Raus hier, komm. Abend ist das Haus. Oh Mann. Hm? Ne? Oh Gott. Okay. Der Love, sie weiß, dass wir hier sind. Also ich nicht hier bin. Seid ihr auf A grade? Ja, ne, ne, sehr ne. Lol. Jetzt ist schon wieder ein Aufklärer auf den Dächern, ey. Die sollten doch einfach gesperrt werden. Das ist doch so ein Scheiß, ey. Ich steh nie auf diesen Scheiß oben Dächern. Ja, wir sagen mal Lama. Höchstens mal bei Heiner. Ich steh immer irgendwo anders hin. Das ist doch so lächerlich, ey. Tauch tiefer. Wieso taucht der nicht weiter? Oh Mann, der ist so blöd. Oh. Ach, wo ist der denn? Ach, da hin. Oh, das ist doch so lächerlich. Jetzt hoch hier! Mega-Soldat. Mann. Wie kann der Love mich locken? Ach. Überleben. Da ist irgendwie noch richtig viel los. Was sind die denn alle, ey? Es ist klein. Es ist klein. Der kriegt nicht durch. Ich hab das Gefühl, ich laufe um alle Gegner herum. Überlebe dann. Aufleden. Jetzt geht's. Geh. W v knifte dich. Weg momenten. Auf66. Weg momenten. Weg momenten! Weg momenten. Weg momenten. ach dieser scheiß granatwerfer pümpelding steht da oben auf dem dach ich kann ich gesehen die runde läuft scheiße half-life 3 konfirmt die verlassen es läuft hier immer scheiße wenn es hier mal gut laufen würde dann was 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 flitzt hier so rum ich verkürzt mich hier ich gehe auf c versuche b zu holen a ist mir zu dumm da ist einer links wieder rechts wieder gut ist beim geht ich habe mich fast umgebümmelt ich habe mich fast umgebümmelt reklebt du verdammte so ich hole mir so leben Go 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 leben Ach ja... Wollt ihr wieder die Stonar? Ja, wollte ich nicht. Aber ich bin dumm. Das wäre schon geschützt auf A, was hier die ganze Zeit reinballert. Ich hab ein Helium-Spot und ich gehe jetzt von oben und kriege dann über den Spot A und dann gehe ich das in den Spot. LOL! Scheiße! Und wo, ey? Vor 8 Tagen? Ja genau, der hat mich auch getötet. Ich hab mal voll verbudert, aber man steht ja immer im Gesicht. Wok, oder was? Naja, ich spawn bei Lukas. Ja, spawn. Wo fliegst du denn das hin? Zu lang. Wir sind ja schon bald vorbei. Ja, weil ich von hinten fliegen will. Ohololololololololol! Heilige Beispfde- Irgendwas zerbröselt uns von hinten. Hilt das Lil V созд! Oh man. Alter, wie schnell hat der uns aber auch voll zerbröselt? Keine Ahnung. Das ist ja auch richtig schnell. Ich finde Lidl wird auch stärker als den Havag, obwohl das nicht sein dürfte. Ja, weil du den reparieren kannst. Nicht wegen reparieren, sondern von der Kraft stärke. Nee, das ist ja weniger. Ich spiel die beiden mal. Ja, hab ich. Ich glaube nicht so, dass sie viel auch kostet. Ich bin mit Einzelschuss da nie reingerannt. Oh, diese Runde läuft kacke! 8, 9. So kacke läuft sie gerne. Trotzdem kannst du mir kacke fangen. Da steht seit Stunden dieser Plan. Oh, dieses Bild verzerren, der braucht halt gar nicht, weißt? Ja, zeitlang ist das normal. Es darf nur nicht dauerhaft sein, weil dann ist es packt. Ja, fick dich ganz am Ende! Schieß da einmal und nicht verloben! Oh! Alter! Und wo? Ach, da ist das! überlebt man das da oben nein unten ist auch action und da war gerade gar keiner dann geht man runter auf einmal brennt man in drei vier leute der neben mir war auch ein fahrer alles dumm arschkücher Oh mein Gott, ich muss spawnen. Was ist denn jetzt schon? Aus diesem komischen Parkhaus schießt einer raus. Ich versuche jetzt lieber E zu holen. Das war ne BLT. ZBD ist das hier. Loll! Wir springen runter. Ja, wir sind 100% ledig. Während der angeschossen wurde. Logisch. Es explodiert die Scheiße nicht. Weil du nicht auf die Mini schießt. Bleib stehen! Ich kriech das so nicht. Ja, das mache ich. Hinter uns kommen auch Leute. Die wollen das C4 machen. Ich hasse dich manchmal. Ich fahr richtig gut dann. Jetzt auch du alleine. Ja, bin ich doch. Noch ganz viele Leute auf dem Übel. Auf E. Seid ihr noch auf E? Ja. Da sind noch ganz viele Leute auf dem Übel, ey. Hm. Henrik fährt ja aber wie du. Profi. Daniel Kübelböck mit dem Gurkenlaster. Hast du mehr Problem? Du ramsst den Brunnen in der Mitte. Die Minen lässt du auch da. Machst du hin und her, damit ich sie nicht treffen. Und fährst dann weg und schreist. Ich krieg den! Ich hab's! Oh, hier ist noch einer mit auf dem Spot! Oh Gott, warum zieht die da keiner? Der läuft doch auf. Der läuft doch weg links auf der Brücke. Bei der Brücke, ja genau. Ja, ich fahr doch gerade. Es dauert ein bisschen wie das Schiff sich dreht. Du darfst nicht mehr fahren. Mimimimimimimimimimimimimi. Ist gar nicht mehr auf E gewesen. Wo ist der hingefahren? ich fahre gerade zurück das steuert sich wie ich war doch ist schon lange tot du wolltest die hinfahren beschwerst du dich schluss den voten zabor 2 zaubert gewottet was kann ich denn dafür das ist im ding so klar am arsch ich bin kommen die Du hast ja grad wieder auf deinen Hügel geheißen. Ja, das geht schneller. Ja, das geht schneller, wenn man kurz nach rechts oben links wegrubbelt. Ja, geht's. Bravo, Bravo, oh, das bist du irgendwie... Du schießt doch schon, mein Geist. Ne, sieh' ich auch schräg. Ne, ne. Ja, glaub schon. Ne, wir haben gewonnen. Na, wir werden nicht repaired. Ja, dann warte kurz, das ist die Safe Street. Wir fahren nur langsam. Irgendwie paierten wir uns. Kann ich doch Danke sein? Hinter uns ist das Bogen. Wollen wir nicht lieber das Bogen? Ne. Wo kommt der denn, ne? Außen fasselt. Wollt's dir aufgefallen, das hier ist alles voller Wasser. Ne, ist mir noch nicht aufgefallen. Das ist wirklich schade. Wollen wir da überhaupt rein? Ich glaub, das ist nämlich unser Tod. Warte, warte, warte. Was, was, was? Was ist das zu spiel? Ja, fahr rein. Mach, keine Ahnung, mir wurscht. Ich bin ja letztes Mal nicht mehr... Da! Ich glaub, wir kommen da nicht hoch. Doch. Ich fahr erst mal und guck, ob es hier irgendwo noch ist. Ich fahr da geradeaus in den Heimer rum in den Box. Scheint hier zu sein, also kann man rum in den Boxen... Was? Hinter uns oder so? Hinter uns, ja. Ist tot. Stone. Aber da kommt noch mehr. Lad schneller nach, du verficktes Hobo-Fahrzeug! Was? Nicht hoch, noch nicht hoch. Da ist noch wer dahinter. Wohin denn? Ich zähle nicht, worauf du schießt. Oder ist ok. Wir sind hier ein bisschen... Wir müssen ein bisschen wie weit. Ich fahr da vorne und dann links vor allem wieder einem vor dich. Woah. 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 Wie der Flo. Fahschelle E.B.B. I'm eyes on the hot dog machine that adjusts more than for location. Fahschelle Deere Hood. 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 Weg 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 nach hinten nach hinten. Nein nicht da. Fahschelle Deere Hood. Fahschelle Deere Hood. YOLO. Oh Gott Yolo scheiße. Du bist so dumm. Du bist so. Ja gut Z4. Du bist so dumm. Was du bist so dumm. Wie oft soll ich sagen nicht da hoch zurück zurück und er ruft Yolo und fährt los. Auf einmal sind wir tot. Ja. Surprise Motherfucker. Deswegen hab ich's doch gehufen. Ja weil du dumm und ähnlich bist in dem Runde. Ja deswegen ruft man uns doch. Weil du dumm und ähnlich bist in dem Runde. Ja deswegen ruft man uns doch. Weil du dumm und ähnlich bist ja schon. Die Runde ist eh jetzt vorbei. Hallo. Mann das war scheiße wegen dir. Wir hätten Hammer nach vorne fahren. Der ist voll die Mini in die Runde ey. Ne weil du scheiße baust. Wir hätten dann auch eigentlich abraten. Ich bin bis jetzt. Assassins mehr. Hier unter dir ist ein Pionier. Der schießt mich noch voll ins Gesicht mit dem Raketenwerfer und du merkst es einen Arnuss! 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 Du bist ein Alex, ey. Danke. Ne, 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 das stimmt nicht. Jetzt habe ich Alex beleidigt. Tut mir leid, Alex. Schon wieder ein Goldpack? 40.000 für einen Service-Dial. Ja, das ist einfach nur übertrieben, was hier für Punkte liegen. 96.000! 112.000 plus 84.000!